Genau, also immer so das Etikett mit der linken Hand oder mit der rechten Hand und dann einfach das Ding geben. Okay, okay. Du hast einen Handschuh, jeden Handschuh, für dich mitgebracht. Ja, richtig. Oha. Was geht ab, ihr Paul Berger? Vielleicht habt ihr schon vor ein paar Tagen bei mir auf YouTube gesehen. Ich habe PUBG News-Set gezockt, Leute. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, checkt das auf jeden Fall mal aus. Und vor allem, checkt das Game PUBG News-Set aus, Leute. Extrem nice Mobile-Game, richtig geile Grafik, sehr, sehr geiles Game. Swype hier mal nach oben, checkt das Spiel. King Crime, ich soll das erste Mal am Elektroauto fahren. Und was sagst du? Schmalspuren. tjstjstjstjstjstjstjstjstjstjstjst wie Malen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020